Hallo ihr Lieben, ich grüße euch aus dem verschneiten Jever. Schaut mal, ist das nicht schön? Hier kommt der Winter so langsam. Nein, er soll aber nur heute Nachmittag bleiben. Aber was mir dabei einfällt ist, wie schnell sich die Welt da draußen verändern kann. Eben war es noch grün, jetzt ist es weiß. Und genauso kann es in unserem Leben sein, dass von einem Moment auf den anderen sich das Leben verändern kann. Dass man von einem Moment auf den anderen aus der Bahn geworfen wird. Ich möchte euch heute ein paar Gedanken mitteilen. Ich habe mich hier in meinem Lieblingssessel glücklich hingesetzt, habe ein bisschen meditiert, habe es mir einfach gut gehen lassen, habe die Arbeit Arbeit sein lassen, habe mir über eine Situation Gedanken gemacht, die mir letzte Woche quasi begegnet ist. Kann man nicht sagen, aber passiert ist. Ich war vor zwei Wochen zur Kontrolle bei meiner Ärztin, nach Kontrolle, und fand nun letzte Woche vor meiner Ärztin einen Brief im Briefkasten. Ich hatte ihn nicht geöffnet, ich hatte nur gesehen, dass es von ihr war. Ich fing sofort an zu zittern, richtig. Ich bekam Markenschmerzen, mein Herz fing an zu klopfen und ich war eigentlich wie in einer Panikattacke. Ich habe den Brief genommen, tausend Gedanken schossen mir durch den Kopf und habe mich jetzt mal hingesetzt. Dann habe ich definitiv bis zehn gezählt, tief und langsam geatmet, kam wieder runter und habe dann diesen Brief geöffnet. Was ich euch damit sagen möchte, ist, wie stark traumatische Erlebnisse sein können. Ich hatte ja vor anderthalb Jahren diese Erkrankung und in dieser Folge der Erkrankung sechs Operationen und auch noch andere Baustellen in meinem Leben, die ich bewerkstelligen musste, die ich beackern musste. Und da habe ich gemerkt, wie das im Unterbewusstsein sich festsetzt. Traumatische Erlebnisse sind sehr, sehr schwer zu verarbeiten. Manchmal dauert es Monate bis Jahre. Sagte mal eine bekannte Therapeutin, auch die Menschen, die aus dem Krieg zurückgekommen sind, die Holocaust-Überlebenden, die haben funktioniert. Und nach Jahren haben sie dann durch irgendeine Situation sind sie damit konfrontiert worden und fingen an, das zu verarbeiten. Und genauso habe ich es bei mir auch gemerkt, es ist noch gar nicht so verarbeitet. Was ich euch damit eigentlich mitteilen möchte, die Gedanken, die mich so bewegen, wie man mit solchen Situationen fertig wird. Und das Beste ist tatsächlich, wenn man traumatische Erlebnisse gehabt hat, sich professionelle Hilfe zu holen. Ein Coach, eine Therapeutin, eine Gruppe, wie auch immer. Das ist wichtig. Und dann in solchen Momenten Menschen zu haben, mit denen man dann darüber reden kann, du hör mal, mir ist das und das gerade passiert. Dir einen wirklich auch wieder Mut zu sprechen. Und einfach auch, dass du verstehen, dass das Unterbewusstsein so mächtig ist und dass man Dinge manchmal nach Monaten und Jahren erst wirklich, wirklich verarbeitet. Es geht und man darf einfach den Mut nicht verlieren und einfach sagen, es geht auch immer weiter und ich schaffe das schon. Ich bin im Grunde stark. Und wenn eine Situation kommt, okay, dann versuche ich damit vernünftig umzugehen. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen ganz tollen Resttag. Genießt ihn einfach. Macht es euch gemütlich heute Abend. Nehmt ein schönes Buch. Und ich freue mich, wenn ich mich wieder bei euch melden darf, um meine Gedanken euch mitteilen zu können und den einen oder anderen vielleicht zum Nachdenken zu bewegen. In diesem Sinne, seid lieb gegrüßt und bis bald. Und ich freue mich,